Grüß Gott, meine Damen und Herren, willkommen im Europäischen Parlament. Als österreichischer Abgeordneter sehe ich meine Aufgabe darin, die euroskeptische Bevölkerung Österreichs im Europäischen Parlament zu vertreten. Wir haben Probleme in der Europäischen Union, insbesondere was unsere Finanzwirtschaft anlangt. Ich glaube, dass die Zukunft Europas in einem Kerneuro liegt, das heißt eine Redimensionierung der Europäischen Union, insbesondere der Währungsunion. Und darin sehe ich auch in den kommenden Jahren die Hauptaufgabe des Europäischen Parlaments. Wenn Europa beweisen will, dass es existenzfähig ist, dann muss es auch Krisen bewältigen können. Und zwar so, dass die Bevölkerung mit dem, was das Europäische Parlament und die europäische politische Klasse macht, auch wirklich einverstanden ist. Wenn das nicht gelingt, verliert das Parlament, aber auch die Europäische Union insgesamt ihre Legitimität. Das ist ein Scheideweg, an dem wir stehen. Und ich bin sehr gespannt auf das Projekt, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und ich bin sehr gespannt auf das Projekt, das uns in den nächsten Jahren beschäftigt.